Ein Stadtfest, das mit einem erstochenen Menschen endet und massive Ausschreitungen mit bundesweiter Strahlkraft zufolge hat. Nach den jüngsten Vorfällen in Chemnitz überschlagen sich Neuigkeiten und Falschmeldungen. Fakt ist, im Anschluss an das Stadtfest in der sächsischen Stadt Chemnitz kommt es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einer Auseinandersetzung. Dabei wird ein 35-jähriger Deutscher mit mehreren Messerstichen tödlich verletzt. Zwei weitere Männer im Alter von 33 und 38 erleiden schwere Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen 22-jährigen Iraker und einen 35-jährigen Syrer wegen gemeinschaftlichen Totschlags. Sie sollen ohne rechtfertigenden Grund mehrfach auf den Verstorbenen eingestochen haben. Als Reaktion auf die Bluttat versammelten sich am Sonntagnachmittag etwa 800 Personen zu einer unangemeldeten Demonstration. Dazu aufgerufen hatte eine rechtsextreme Hooligan-Gruppe. Auch die Partei AfD rief zu einer Demonstration auf. Wir wollen unser Land zurück! Das ist unser Land! Das ist unsere Stadt! Das ist unsere Stadt! Vermittlungsversuche der Stadt und der mit nur 60 bis 70 Beamten vertretenen Polizei verliefen ins Leere. Die Demonstranten setzten sich in Bewegung und trieben die Einsatzkräfte vor sich her und bewarfen diese mit Flaschen. Folgedemonstrationen von rechtsradikalen Gruppen sowie Gegendemonstrationen werden erwartet!